Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Rhymerbude. Willkommen zu einer Folge Cuts Against Humanity mit... Du bist ein Hurensohn. Ja, mit Hurensohn 1, Hurensohn 2 und Hurensohn 3. Welcher Hurensohn war ich nochmal? Zwei. Hallo, seid ihr noch da? Okay, dann wir spielen wieder eine Runde. Los, ich start das Game. Wieso kann ich nachts nicht schlafen? Ah ja, Hurensohn 3, vergiss nicht. Wir lesen die Karten immer vor, wenn wir der, wie auch immer man die Kacke ausspricht, Zar sowas sind. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Alter, du bist hart laut. Vielleicht soll es da heißen oder so. Was soll das heißen? Vielleicht ich hab dich. Wegen Cäsar oder so. Ich hab mich jetzt auf minimale Lautstärkung, du bist immer noch lauter als mein Residenz. Ja. Was? Okay. Äh, warte mal. Wo waren wir? Äh, äh, England. Ähm, wieso kann ich nachts nicht schlafen? Ich schalte gerade noch ein paar Einstellungen um. Ab der nächsten Runde habt ihr dann auch die Blank Cards drin. Ja. Verwurstete Kabel, ja moin. Was? Wurstkabel? Äh, soll man da bitte schön sagen? Ja, also Günther, Günther, ich kann da auf jeden Fall garantieren, dass du für dieses Video ein Strike kassierst. Sicher, für die ersten beiden Folgen hab ich keins kassiert und da hatten wir unter anderem die Endlosung des Juden-Problems. Ach ja, das war ich. Bist du stolz drauf, ne? Ja, endlich mal hab ich was erreicht im Leben, ne? Ja, ich sag nur 88. Ich hoffe, der Ton passt überhaupt. Gestern hatte ich eine tolle Aufnahme, bei der ich am Ende festgestellt hab, dass Bandicam den Ton nicht mitgenommen hat. Nice. Das fand ich echt toll, das muss ich jetzt nochmal aufnehmen. Und sag mal, kannst du auch heute nochmal was? Danke. Also, wieso kann ich nachts nicht schlafen? Ein schlechter Handjob. Okay. Gute Antwort, Hurensohn 1. Ähm. Bitte, ich hatte nichts anderes. Ich kann auch nicht schlafen, weil ein geölter Ehe... Hä? Was? Was? Das ist offensichtlich selbst geschrieben. Warum? Wenn man was selbst schreibt, sollte es zumindest zur Karte passen. Hä? Ähm. Das ist... Ja, ich hab vergessen, wegen einem Satz vorzuschreiben, okay? Aha. Das sollte man in ein Custom Deck packen. Irgendwann erstell ich mal Custom Deck in nächster Zeit, wenn ich Zeit hab. Ja, wir müssen mal alle Insider einfach sammeln und irgendwann in ein Custom Deck packen. Äh, Landminen! Okay. Lass in! Also, ich hab keine Ahnung, was ich da jetzt wählen soll. Eins schlechter als das andere. Weil, äh, Hurensohn 3, deins ist selbst geschrieben und das macht's noch trauriger, dass es so scheiße ist. Hä? Hast du die letzte, äh, paar Runden gesehen? Hä? Äh, der war gar nicht dabei die letzten paar Runden. Ja, ich meinte dich ja auch. Okay, äh, äh, hier. TSA-Richtlinien verbieten nun ... den Flugzeugen. Vergesst nicht, dass ihr eure Karten auch löschen könnt, nochmal. Ja, hab ich letztes Mal erstmal die ganze Hand gelöscht. Ich hab nur Kacke! Ich hab eins. Ich hab auch eins. Okay, TSA-Richtlinien verbieten nun Dönerboden in Flugzeugen. Selbstgeschrieben schon wieder, schreib nicht immer selbst. Was hast du ... was hast du ... was hast du gegen Selbstgeschriebene? Es hat mehr Swag, auch andere zu nehmen. Okay. Genau. Ich wär als Rucksack abgestürzt, sonst waren wir tote Eltern der Weise. Okay. Okay, lies die Karte vor. Günther Pimmel. Hä? Was? Die Karte oben links? Ne, die Underplayer Star Selecting. Dann so Günther und Pimmel. Ich hab mir eigentlich ... was ist diese Karte, die ich grad markiere? Ne, warum seid ihr so unnormal laut? Was ist denn los? Weil ich immer brille. Mach doch einfach leiser. Es geht nicht. Ich hab euch beide auf minimaler Lautstärke. Hast du auch den Computersound schon auf Minimum? Ja. Ne, ich hab Discord über mein Handy, weil mein Computer scheiße. So nicht mal ne Klinkenbuchse hört. Alter, wenn ich auf mein Handy Discord anmache ... Ich hab zwei Klinkenbuchsen, mein Headset hat aber nur so ein 3-Pin-Dingens. Wenn ich über das Handy ... Alter, ich hab mindestens acht, ich kann die eine abgeben. Ich hab so viel Gutes, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Als ob, ich hab nur ... Ich hab nur Bullshit. Komm, du musst vorlesen! Alter! Das machen wir alle! Was ist denn mit dir los? Deine Mutter ist los. Loll! Und jetzt lies vor! Hallo? Jo? Ein romantisches Essen bei Kerzen scheinen wir ja unvollständig ohne die acht schworen Hexenmeister, wenn ich dir die Regeln des Internets vorschreiben. Das soll aber Hurensohn 3 vorlesen! Hallo? Wört ihr mit? Ja! 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 So! Und jetzt musst du vorlesen! Das ist nicht vorgelesen! Verstehst du das Spiel nicht?! Hä? Alles klar! Hä? Was ist mit dem... Hallo? Bist du noch da? Ich will auch... hm... sein! Hm, nice! Ich hab was! Ja, schön! Und nächstes Mal liest du vor! Ja, Bruder... Bruder, mein Discord war wieder völlig verbar... Ich hab euch nicht gehört und mich... Ja, mich wahrscheinlich auch nicht gehört. Nö! Ich will auch... ein schwarzer jüdischer Chinese sein! Hallo? Das ist selbst geschrieben! Nein! Das ist nicht selbst geschrieben! Ich kenn die Karte! Wir haben das letzte Runde schon! Ich kenn die Karte! Das ist nicht selbst geschrieben! Ich... Als ob, Digger! Ich will auch... Schokolade... WAS?! Okay! Okay! Glückwunsch! Das musste ich jetzt nehmen! So, hoffentlich hab ich jetzt ein paar gute Karten! Nehmen sie... in ihre Hand! Oh Gott! Was ist denn diese... Junge, was ist das denn schon wieder für ne Scheiße? Man kann auch Bilder nehmen! Das macht das nicht! Das hat letztes Mal schon nie geklappt! Äh, ja... Hey, einer! Der... Ich hatte dann die ganze Zeit in meiner Zwischenablage eben... Ein spannenden Bild... äh, links zu... äh, das zu einem Bild... zu einem Dildo führt, also... Ja... Nehmen sie... euer Stöcke in ihre Hand! Aha! Nehmen sie... Landmehnen! Ja, Landmehnen! Ja, Landmehnen! 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 Nein, überall reinpacken! Was ist das für ne Karte? Das Minus, das ergibt das! Hä, meine Karten sind so schlecht! Deine Mutter plus dein Vater gleich du? Nein! Nein! Minus! Ich lebe die beste Kombination, die man haben kann! Ah, ja? Will das nicht? Oh je... Oh je... Gleichzeitig... Alter! Neh, Mann! Ich hab da jetzt schon mal... Vorlesen! Gleichzeitig alle sieben Todsünden begehen! Gleichzeitig alle sieben Todsünden begehen! Ich hätt auf jeden Fall auch seins genommen! Die Klassenfahrt würde durch... Okay! Schreibt alle Hurensohn 3 hin! Wenn man den Typen in seiner Klasse hat, braucht man keine Feinde! Kann ich euch sagen! Ich hab Erfahrung gemacht! Die Klassenfahrt wurde durch Vergewalt und Plündern völlig ruiniert! Ich weiß sowieso, was da jetzt stehen wird! Die Klassenfahrt wurde durch Hurensohn 3 komplett ruiniert! Das war so offensichtlich! Halt's Maul, Hurensohn! Was? Es war halt sooo klar! Ich wollte eigentlich erst Hemmungsloses Nageln nähen! Ohahhhhh! Das sehe ich schon eigentlich! Im 21. Jahrhundert ist mhm, die größte Bedrohung für Eiriische, Er экономsfeld! Alles gerade hat direkt ausgewählt! Oh nee! Ich hab´s! Ich hab das Beste! Ja feliz! Ich hab wieder nur Scheiße! ich habe das beste vorgefertigte was man da ja okay die runde gewinnt der 21 ist klar aus dem ist die größte bedrohung der menschheit im 21 wikipedia komplett du hast mir die auswahl zwischen not und elend ja ich bin letzter ich mach den jahren ehre endlich ich bin geführung an die was laber ich das ist das ist ja wuchen sohn eins mit den zwei punkten und nicht ich halts maul hurensohn du bist wohnen sohn drei vorlesen die ursache meiner chronischen blähungen ist was habe ich ja ich will andere karten bekommen keine ahnung blumen die ficken junge vorlesen ist das hier bitte schön ich weiß es nicht ich habe auch blumen die waren beide vorgeben also urknall ist klar dass das vorgeben ist blumen die ficken die beste karte die ich hatte du ich sofort gute karte ich weiß sowieso was du hast solange es nicht selbst geschrieben ist bin ich schon zufrieden du ich hemmungslose abwürgen du ich landmühlen sofort da passt ab ich muss sagen ich mag landmühlen aber die passen in diesem kontext nicht ja das ist schon auch ein argument aber hemmungslose hurensohn auf einer ebene hurensohn zwei wenn ich bitten darf heute morgen heute morgen weckte mich was hab ich denn hier schon wieder Junge was habe ich auch noch ich habe noch übelst kranke karten so am anfang hatte ich heute morgen weckte mich eine landmühle als ob du die vorgegebene landmühlen karte hatte ja bruder dann dachte ich mir so ok landmühlen ja kann ich nichts falsch machen haben sie 20 portionen bestellt von was was habe ich denn hier schon wieder ich lösche jedes mal mindestens fünf karten jede runde ja man kann die löschen ja wenn man auf das kreuz oben drückt dann bekommst du in der nächsten runde neue habe ich am anfang gesagt oder unten links kannst du dann hinterher hand machen da schmeißt du bist einfach deine ganze hand weg wie es schon sagt hey lass mal ohne dieses löschen machen das ist fakt ab hä nein das ist übel kacke vor allem ich habe hier die ganze zeit solche karten wie Heidi Klum oder das riecht sich jetzt äh haben sie 20 portionen Heidi Klum bestellt nein dann haben sie 20... Junge was kannst du eigentlich haben sie 20 portionen mit freundlich lächelnd ins gesichtspotten gestellt alles klar Ehre Ehrenmann noch vier punkte da habe ich gewonnen Alter ihr Lappen Hallo einmal gepoppt nie mehr geschickt Gute Karte wo ist diese Karte Gute Karte viel Spaß ihr beiden Ich finde es schön dass sowas nicht kommt Junge mein Discord ist schon wieder verbargt Pech gehabt Er war auch schlechte Verbindung Verwurschtelte Kabel einmal gepoppt nie mehr... Okay Was? Schwarze Nonnen in einem Tunnel Ja Ich... Ich wusste dass ich diese Karte irgendwann gebrauchen könnte Das war wie bei mir letztes Mal wo ich mir auch irgendwie über 6 7 und... Scheiße mal der Siegel drin wieder hinten Wo ich mir auch irgendwie über... Du liegst immer noch vor ihm Du hast vier Punkte und so ein 1 nur 3 Ja Mein Geheimnis wie... Mein Geheimnis wie ich so viel Gewicht verloren habe ist Folter Ja Und... Sex Wow Junge Was hatte ich für ne Hand Direkt zum Punkt Alles direkt einfach nur Scheiße Kannste ja Karten löschen wie gesagt Ja habe ich getan aber das wirkt ja erst nächste Runde Ja Einfach nur... Einfach nur... Und dann kann ich dir auch nicht sagen ob du wieder was gutes bekommst Weißt du was ich mache jetzt... Ich nehme jetzt ein... Angier Random Number Generator Und bei ner geraden Zahl... Äh mach ich das Rechte Bei ner ungeraden Zahl ist Linke Haha Die... Der sagt 2 Ich hab schon da einen gemacht Alle... Äh... Was hab ich gesagt? Ist eigentlich auch egal Ich nehme... Irgendwas Junge Wenn's 2 wäre hättest du eigentlich seins nehmen müssen Hurensohn Keine Ahnung Hurensohn 1 ist ja für nen Hurensohn Vorlesen Was oder wer ist für den Tod von John F. Kennedy verantwortlich? Scheiße mann Ich hätte die perfekte Karte dafür auf der Hand Aber nein ich bin sie Was hab ich hier? Ich hab Hitler auf der Hand Hahaha Okay Ja Ich sag nur 88 Ah ja Was ist das hier für nen Müll? Oh das hier ist perfekt Hahaha So Thomas ist der Kamikaze Bomber Es war ein Hahaha Hahaha Papiertüten mit brennendem Code Eindeutig Wow Ist verdient Ja Woll ich auch wissen Gar keinen Bock noch weiter hinten zu liegen Gute Karte Hä? Jetzt liegst du doch gerade Hehehe Ich lieg eh auch so voll Es heißt in der JVA Bon Kannst du 200 Zigaretten für Eintauschen Okay Ich glaub ich hätt Oh ich hätt da ne Karte gehabt Ich hab ne perfekte Karte Ich hab sie einfach Und warum glaube ich deine Karte wird scheiße Ich hab einfach noch Müll Besser als deine Oh du hast ja gar keine Ja ach Klasse Das war jetzt Übel geroastet Muss ich ganz weit los Zwei Äh Ja Es heißt In der JVA Bon Kannste 200 Zigaretten für Heiratsfähig Ohohohohohohohohohohhh Okay ich wusste das 200 Irgendwas mit Waschbären Ja Keine Frage Ja Ja Alles klar Das ist natürlich ne gute Karte zum bekommen Ah ich glaub das Deck hatte ich letztes Mal gar nicht drinnen gehabt Wo du die her hast Was hab ich denn schon wieder? Was will ich mit... Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es... So, hab ne richtig gute Karte. Was war das? Vielleicht wurde sie damit geboren. Vielleicht ist es... In der Sonne geronnener Menstruation. Oh Gott. Vielleicht ist es... In der Sonne geronnener Einfach, einfach, ganz simpel. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ha, lol. Tom, hab Ehre. Ja, keine Ahnung. Ja! Ja! Kage, der hat mich doch fast eingeholt. Mhm. Ach, Junge. Alter. Und die USA... Junge Sowjetunion ist falsch geschrieben. Scheißegal, lies. Während die USA und die Sowjetunion um den Mond kämpften, steckte die mexikanische Regierung Millionen von Pesos in der Forschung von Penis. Wer ist Natalie Portman und warum hab ich die schon wieder als Karte? Ja, ich google die Dauly Junior. Ich hab hier so wenig... Robert Dauly Junior ist der Schauspieler von Iron Man. Bist du dum, oder so? Ja, ich hab hier noch scheiße. Ich hab hier ne gute Karte. Natalie Portman. Ich muss noch mal tauschen. Schauspielerin. Ich muss noch mal... Gut, kann ich raus. Ja, Hurensohn. Hurensohn 2, wenn ich bitten darf. Hurensohn 2. Ja. Natalie Portman ist Jüdin. Ah, sehr gut. Oh shit. Also, der hat sogar auch gepasst. Vorlesen. Die Erfassung von Unterdrückung, ja moin. Ja, wir reden hier von... Das Traugift, das ist ne Legit Karte. Ja. Die ist vorgegeben. Nicht selbst... Fetzi die... Warum gibt's so viele Landmeme Karten hier? Das hat meine Mutter früher immer zu mir gesagt. Die hat mir immer gesagt, dass ich ein Hurensohn bin. Ha 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 ha. Oh Junge, warte mal. Ich muss eben welche löschen. Der Burgerklau, ja moin. Ja, ich hab hier nur Müll. Alter, ich hab so viel Müll. Das geht gar nicht mehr. Und was war im Spiel? Ha! Deine Mutter. Oh, die passt da nicht rein. Ja, meine passt da auch nicht rein. Die ist ja grad schon in der Frage drin. Wenn du verstehst, was ich meine. Ha 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 ha. Lele. Ginnareff, das hat meine Mutter früher zu mir gesagt. Den Kindergeburtstag mit zwei Kanistern Benzin beenden. Hätte vielleicht gepasst, wenn da stehen würde, was hat sie gemacht? Hm. Das war klar. Ich sag nichts mehr, während ihr auswählt. Du nimmst immer genau das, was ich sag. Ich nehm das jetzt aus Prinzip nicht. Das war meins. Alles ob. Ich hab dir nicht mal zugehört. Echt jetzt? Ja. Hurensohn 2. Keiner hat dir zu. Ah, ich bin Hurensohn 2. Studien ergaben, dass Blank gut für die Gesundheit ist. Was sind das schon wieder? Warum will ich solche Karten? Also will ich gar nicht. Ich hab hart schlechte Karten. So, ich nehm einfach den Joker, der geht immer. Schnell ergaben, dass Körperverlässungen mit einem Fahrzeug gut für die Gesundheit sind. Das ist die beste Karte, die man bekommen kann. Nach Landmühen! So. Was ist das nächste Happy Meal Spiel? Oh, ich hab so eine miese Karte. Die passt zwar hier nicht. Die passt zwar hier nicht, aber... Der von hinten penetrierte Papst... Was? Das könnte auch gehen. Oh, Bruder, ich will halt Günther... Nein, ich buchen so ein Zwei einholen. Tja, viel Spaß dabei. Neh mir das. Ihr Rotstar-Harry-Potter-Geschichten, nein. Was so? Zum zweiten Mal was selbstgeschrieben heute. Sober, ich hab nur einmal was selbstgeschrieben. Hä, nein. Ich hab nicht 20 Blank-Cards an, damit man nicht selbst schreiben kann. Ich würd die ausschalten, wenn wir das nicht machen würden. Ähm, ich liebe den Geruch von... Am Morgen. Also, ich denk grad an eine Karte, wenn die einer von euch hat, die würde auf jeden Fall gut passen. Ach, übrigens, noch ein Punkt, dann hab ich die Runde gewonnen. Ja, kannst du ihn jetzt aber nicht bekommen. Ja, doch, ich geb mir selber einen Punkt, weil ihr beide so scheiß Karten legt. Tippt er wie er selber, ne? Ja, man hört das halt so übel. Halt's mal. Ich liebe den Geruch von penetrierten... Warum? Wieso? Was hast du denn mit den penetrierten, eingehüllten Emus? Ist das irgendein Insider, den ich nicht kenne? Wenn, dann kenn ich ihn auch nicht. Ne, das ist nur ein penetrierten, angehüllter Emu, der sich selbst mit einer Käsereibe krass zu mir. Du hast die Käsereibe nicht aufgeschrieben. Ich liebe den Geruch von... Was? Eine nukleare Explosion auslösen, weil man beim Papierschneiden versehentlich ein Atom gespaltet hat. Was? Von gespaltet. Das steht doch auch... Das heißt nicht gespalten oder so. Das heißt nicht gespalten. Die Karte ist aber vorgegeben, da kann er dann ja nix für. Wow. Das sieht man ja daran. Er ist schon grauisch richtig, glaub mir. Ich hätte auch gespalten... Er streicht einfach... Rappers... Rappers will er kinder sein. Rappers. Rappers will er kinder sein, wenn du seit neuestem. Fuck. Oh je. Junge, was hab ich denn wieder für Karte? Keine Angst. Was gibt's denn im Streich jetzt so? Oh, die hatte ich auch. Die hatte ich letztes Mal auch. Ich hab so überlegt, soll ich die überhaupt legen? Die gilt es seit neuestem Kleider. Kostenlos, oder was? Ja, gewonnen! Easy! Das war ich nicht bedacht. Naja. Ich hatte auch eine Karte... Ich hatte auch eine Karte da, die hab ich mal nicht gelegt. Die hieß einfach nur, Hitler hat nichts falsch gemacht. Fand ich dann doch ein bisschen arg. Dann sollte der, der hätte erschossen, hast du... Du bist nur ungebracht. Unangebracht, wenn du im Flugzeug bist. Ich hab... Diesmal hab ich ein paar richtig behinderte Karten. Aber manche Karten... Oder warum sind wir eigentlich so lost? Manche Karten ergeben für das Spiel keinen Sinn. So, gleich wäre Hälfte gelöscht. Caesar ist eh die beste Rolle. Ja. Aber nur bei Perma-Ceaser, weil sonst kannst du keine Punkte machen. Naja. Ein Dackel mit deiner irgende... Was? Aber ich muss da kurz was begründen. Ich bin auf jeden Fall gegen die Karte von Hurensohn 1. Weil das ist nicht nur im Flugzeug unangebracht. Kommt auf den einen. War noch was mal gefallen, ne? Okay, unsere beste Waffe in der Zombie-Apokalypse ist... Ich wüsste genau, was für eine Karte ich da jetzt mache. Ich schreib's für die Zuschauer mal in den Chat, damit sie's wissen. Da seht ihr's. Warte mal, ich muss kurz noch ein paar Sachen rausmachen. Die Zuschauer wissen. Das ist ja weg, weg. Ich hab gewählt. Ja, wen denn? Trump? Nee, 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 ich nehm was anderes. Ich will auch immer Trump. Was? Ich muss hier so viel Müll erstmal wegmachen. Yes, we can. Nein, we have to build a wall. Was laberst du? Unsere beste Waffe in der Zombie-Apokalypse ist... Patrick's gelbe Unterhose. Ist klar. Oder? Wow, man. Diese Runde auch schon wieder. Okay. Ist sauer. Gute Waffe. Ja. Ehre. Da nehm ich die gelbe Unterhose. Denn wie wir alle wissen, Homosexualität ist nichts Gutes. Das hab ich nicht gesagt. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von... Ein Gründer beim Sex wie Trank, umherbei. Diese Karte! Da könnte man auch Homosexualität sagen. Als der Pharao nichts getan hat, rief Moses eine Plage von... Ein Gründer beim Sex wie Trank, umherbei. Was? Was? Ein Plage von... Okay! Ein Plage von... Okay! Ja! Finde ich gut! Nein! Warum? Ja! Mir ist gar nicht aufgefallen, dass das so ist. Es ist ein Plage von... Der Pharao ist doch in Ägypten. Ist da alles schwarz? Oh mein Gott! Okay! Okay! Oh fuck! Mein kleiner Stapel ist grad runtergefallen. Und das interessiert irgendwie gerade keinen Hurensohn. Ah! Was ist diese Karte? Punkt, Punkt, Punkt. Ist der beste Freund einer Frau. 70 nackte Frauen. Hab ich aufs Ahren. Ich hab schon ne Karte, die ist perfekt. Alles klar, ich hab... Ah ne, ich nehm ne andere. Wow! Ich dachte, die ist perfekt. Ja, aber ich hab eine, die ist noch perfekter. Obwohl... Ne, doch nicht. Ich nehm doch die alte. Click to reveal. Ich nehm click to reveal, okay? Junge! Junge! Warum sind unsere Karten immer so gut? Ich hab mal hier... Ich hab mal nicht einfach... Zweimal. Kann man nicht einfach sagen, ich will keins davon nehmen? Nein. Du hast die Auswahl zwischen Not und Elend. Dankeschön. Ich hab diese Karte halt zweimal. Was? Ja. Weißt du noch letztes Mal, wo wir es geschafft haben, dass... Ich weiß nicht mehr, wer genau. Auf jeden Fall haben zwei dieselbe... Das überspringen wir. Ja, wir haben in einer Runde zwei dieselbe... Die Karte gelesen. Wenn ich schnell geil werden muss, denke ich an... Okay. Was war das nochmal für eine Karte? Hm. Zärtlicher Blowjob beim Autofahren oder sowas? Ja, kann sein. Nein. Das war so dumm. Hm. Kinder mit Arschkrebs. Was? Wenn ich schnell geil werden muss, denke ich an... Zehn... Okay. Jo Olli wieder am Start, Leute. Und ich denke auch an... Ist das euer Ernst? Was? Junge! Nein! Was war das? Es ist das gleiche wie das linke, mit nur besser. Eben. Das ist das... Das ist genau deine Karte, nur mit noch mehr dabei. Ich hab meine aber früher gewählt und es hat vorgestellt. Ich trinke, um mein Alkoholproblem zu vergessen. Scheiße. Um Britney Spears mit 55 zu vergessen. Was? Alles klar. Ach nein, ich hätte die Karte, die wir letztes Mal da hatten, nehmen müssen. Mann, bin ich dumm. Ja. Ja, das bist du. Ja, fast. Letztes Mal hatten wir, ich trinke, um mein Alkoholproblem zu vergessen. Habe ich dir schon gesagt. Echt? Juck mich nicht. Ich trinke, um das Sex eben vom Paar zu vergessen. Also, um nichts zu vergessen. Was? Nein, ich trinke, um die Kaffeegewaltigung zu vergessen. Ja, man könnte auch Kindermissbrauch einsetzen als dasselbe. Ja. Ja. Ich trinke auf. Ich trinke auf. Ich trinke auf. Ich trinke auf. Um Joonas mit ihr in einem Herrn riechen zu vergessen. Aha. Aha. Gute Karte. Ich hab vergessen. Ich wollte eigentlich noch Kinder mit Arschkrebs nehmen, aber... Okay. Der Papst gewinnt mal wieder. Ja. Man kennt's. Und deine Mutter ist hässlich. Meine Mutter ist der Papst. Aha. So pädophil. Ähm, das hast du jetzt gesagt. Junge, dieses Video kassiert so einen Strike. Ach, glaub ich ehrlich gesagt nicht. Was ist das für ein Lärm? So. Ich nehme eine sehr gute Karte. Bei der wusste ich auch nicht, ob ich die überhaupt legen soll oder lieber löschen. Alarm. 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 Bitte helfen sie mir, ich bin in Gefahr. Alarm. Alarm. Was? Spontane menschliche Selbstentzung. What the f... Hä? Ihr Escape, right? Ja. Alter. Was? Ich wusste nicht, ob ich die Karte legen sollte. Aber... Du kriegst sowas von Strike. Weiße Menschen sind wie... Okay. Leute. Ich weiß... Ich würde jetzt eine Custom-Karte machen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich dann wirklich einen Strike bekommen würde. Nein. Ach, scheiße. Ja, was ist? Ah, das tippt er schon wieder. Ist so. Tipp wenigstens ein bisschen leiser. Keine Ahnung. Es geht nicht. Ich habe gesagt, meine Tastatur ist scheiße. Weiße Menschen sind wie Kinder an einer Leine. Okay. Ich habe einfach nur scheiße. Weiße Menschen sind wie... Das muss ich übrigens wirklich zensieren. Glückwunsch. Super. Dafür, dass ich jetzt mehr Arbeit habe, nehme ich es nicht. Können wir in der nächsten... Hurensohn. Können wir in den paar Runden einfach nur alle zusammen... Nein. Dann lade ich doch nicht hoch. Doch, komm. Komm. Komm, es machen, ihr Hurensohn. Klopf, klopf, er ist da. Was ist das schon wieder? Ach ne, ich habe was besseres. Ja. Ich nehme jetzt einfach... Ich nehme die Karte, die jeder erwartet. Föpfe, ist das... Das Michelin männchen. Aha. Wer zur falklose... Baseball wurde... verboten, weil ich Spielern unfaire Vorteile verschaffte. Pina mit Arschkrebs. Nein! So. Die Runde erhol ich mir. Ähm, scheiße. Ich hab noch alle Blank-Cards offen und lieg trotzdem mit vorne. Scheiße. Ja, was ist? Ich fühl mich angesprochen. Wow! Du hast es endlich gelernt. Ich debbel gerade. Oh mein Gott! Hallo? Ja, du musst vorlesen. Oh, ja, moin. Gelbhorn, nee. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, das ist aber schon halt auch ein echt hart-unfairer Vorteil, muss man sagen, im Baseball. Während Picasso's oftmal übersehenen braunen Periode schuf er hunderte Gemälde von... Oh, okay. Gute Karte. Ganz einfach. Ich bin mir so sicher, was du für eine Karte einfach hattest. Oder auf jeden Fall gelegt hast, vielleicht auch selbst geschrieben. Ich bin mir so sicher, was du gelegt hast, Hurensohn, eins. Wir hatten ja so eine Abmachung. Das willst du nicht. Jetzt mal im Ernst, lass das echt mal. Ich muss das alles zensieren. Ich lade das wie... Ist doch gut, dann kannst du eine Stunde deines Lebens einfach nicht mehr Leute belästigen. Ich lade das Video einfach nicht hoch. Ich mach dann gar nichts. Das finde ich gut, dann belästigst du die Leute auf YouTube nicht. Oder? So, ich blende jetzt erst mal den Chat aus für das ganze Spiel. Ja, sehr schön. Ja, Alter, wo ist denn der kacken Chat? Den kann man aufmachen oben. Ach, da ist es. Ja, was jetzt? Weder noch. Ja, geht nicht. Leider. Ehre! Ey, ich hab' ich zwei Punkte. Also ich hab' SDR, ich hab' Fernandes, ich hab' sich, hm, 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 hm. Hallo? Ja, war kurz. Okay, ihr seid gerade bei mir alle leise geworden. Perfekt, Digga. Perfekt. Du, du das aufstehst, ne? Hallo? Ja. Hallo, Hurensohn 1? Ja, Hurensohn 3, 2. Du bist Hurensohn 3. Hurensohn 1 ist gerade, glaube ich, nicht da. Hurensohn 1 ist ein Hurensohn. Schön, dass dir das aufgefallen ist. Ja, ja. So, wenn wir da sind, ist er nicht da. Okay, ja, jetzt offensichtlich wieder. Also, ich hoffe, er ist dir hier. Wenn man ist das, ich? Super Mario ist mit, äh, wenn, äh, minder- bis mittlerer Bruder Luigi in Angela Merkel. Okay. Macht Sinn. Außerdem ein Angst in Kinder mit Abkommen. Oh, okay, wieder RNG. Oh, man! Ehre! Gegessen! Genommen! Schnabuliert! Du hast gerne Ehre? Ach, warte, Ehre ist bei dir so selten, ne? Warum tut man das nicht? Ehre entwendet, in der Pfanne gepfändet, im Gefängnis geschehen, im Pfandhaus gepfändet, als Kondom verwendet, aufgesendet, auf YouTube getrennt, von der Sonne gepfändet, nach Afrika gepfändet, dort verschwendet, aus dem Leben beendet. Hallo! Und weil ich, und weil ich jetzt wieder ein Video schreibe, wird das Video gestrikt, aber bei sowas... Nein, wird's nicht. Weil ich's nicht hochlade. Warum nicht so sehr hoch? Wenn ihr so ne Scheiße macht, ich rechne halt damit, dass ihr irgendwie ein IQ von höher als 2 habt. Hey Junge, ich mach da gleich ein Ding. Ja, ich hab mich groß von 3. 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 So, du musst vorlesen. Warum tut mir alles weh? Ich hab mittlerweile schon 3 mal vorgelesen, aber gut. Dann hat man's nie gehört. Du, Hurensohn bis Hurensohn. Oh, das Scheiße. Ich will Punkte machen. Na, was ist das? Ich hol euch aber ein. Ja, gut, ne? Ja! Ja, ich hab noch Müll. Ich hab so viel gelöntet, dass da meine noch 2 Karten übrig geblieben sind. Warte. Willst du mich verarschen? Da steht jetzt, dass meine Karte aus einem Deck ist, obwohl ich die selbst geschrieben hatte. Jetzt neu im Kino. Hm, der Film. Vermutlich, weil es meine Karte... Hast du auch Bienen? Was? Hast du auch Bienen? Fragezeichen. Ich bin grad... Hä? Ich bin grad nicht mal dabei. Jawohl. Ich bin hier grad euer Gott. Keine Ahnung. Ich hab einfach nur so viel Müll. Ich lösche es mal... Jeder Runde einfach so viel, dass du auch drei Karten übrig bleiben. Ich lass meistens sogar fünf da. Komm, Hurensohn 3, wir warten auf dich. Haben wir ja selbst geschrieben, ne? Dankeschön. Jetzt neu im Kino. Das Sexleben des Papst. Der Film, oder? Was sind da eigentlich so franke Schweine? Jetzt ist nur die Frage. Das Rechte ist halt eher YouPorn als Kino, ne? Und das Rechte ist selbst geschrieben. Ja, das ist klar. Ja, wow. Mit Wunschlau auf paniert Vorhaut. Was ist denn das für ein Film? Den würde ich mir angucken. Das mag der. Oh, ja. Aber nur Warnruss vorhaut, ne? Okay. Ich will kommen... Oh, ja. Das musst du nicht... Okay. Ich hab Angst. Oh Gott, diese Karte! Junge, was ist das schon wieder? Diese Karte tut mir von innen weh. Du hast in nichts neu nicht mal ein Hirn. Oh, Impfgegner, die an Asern sterben. Flüsse, ich klebe als gleich geht der Wind. Ich wusste, ich brauch wieder eine RNG. Gerade, bedeutet diesmal links. Ja! Easy! Alter! Impfgegner-Following! Ich weiß nicht, warum ich diese Karte bekommen hab. Ja, Alter, hättest Mord mit dem Gegner. Oh! Riss Punkt, Punkt, Punkt auch ein Instrument. Was hab ich hier wieder für... Hä? Halt... Ich muss ganz weit los. Tipp bitte noch lauter. Ja, sehr gut. Aha. Äh, das ist eine Karte. Ja! Das ist eine Karte. Frag mich nicht, warum. Sein Erfolg ist... Die Karte ist irgendwie kacke. Ah, was war ich hier für Scheiße? So, Aaron, Lukas, Kühlschränke, Obdachlose... Was? Alles nur Müll. Ich hab was. Aber ich glaub, ich verliere trotzdem. Und was war im Spiel? Weil ich scheiße, ich hab's nicht. Sein Erfolg ist... ein gesteelter Pentakill oder eine enttäuschende Beschneidung, weil man merkt, dass der... Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich muss nur ein paar löschen vorher. Ich verliere eh, aber ich habe die perfekte Karte. Bitte gebt mir noch Punkte. So möchte ich... Zwei oder drei kleine Dsch... ...so möchte ich nicht sterben. Am Kölner Haupt- Es geht nicht anders! Ja, was? Süßie! Ich rauche jetzt einen Feinliner! Junge, ich rauche ein Blatt Pakula, hallo? Auf der Motorhaube vom VW. Vorlesen. Meine Frau würde mich verlassen, wenn sie von meiner Vergangenheit mit... ...erfährt. Ich habe Wonder Woman als Karte. Und jetzt bin ich zu Lisa! Ich habe wieder hier eine sehr gute Karte dafür. Junge! Ich habe drei Punkte! Äh, einen Moment. Zwei! Nice. Äh, hi, bin wieder da. Es ist einfach... Soll ich den RNG laufen lassen? Kann sie machen! Zwei gerade bedeutet links. In der Theorie praktisch. Hallo! Ja... Agul, ich dachte, du wärst weg. Ich wär am liebsten weg. Keine Angst, nach der Runde muss ich eh weg. Ich auch. Bruder muss los. Ja! Schade. Gott sei Dank, ich hab's richtig genommen. Leck mich. Danke. Hallo? Was hast du gegen Inzest? Ich will noch Zeit zum Aufholen haben. Inzest ist Winzest, hab ich recht. Lesbische Zigeuner beziehen ihre Lebensfreude vor allem aus. Ich hab so eine gute Karte. Oh Gott. Weg. Weg. Ich wüsste schon wieder, was ich hier lege. Weg. Ich hab das perfekte Liga. Ja. Das wär... Also, ich hätte Landminen gelegt. Landminen. Okay! Aha! Das verstehe ich. Und sie beziehen... Alter! Alter! Warum? Man denkt einfach nur, dass du es selbst geschrieben hast. Nein! Ich kenn die! Ja, das war nur letztes Mal geschrieben. Das... Versteh ich nicht. Für was? Köln gehen sie verkaufen? Was? Enda! War noch weiter! Weiter! Was war das letzte Mal? Okay, das machen wir. Aber das ist gut. Ja. Was macht Fuckgirl in meinen Karten? Ja. Was macht Fuckgirl in meinen Karten? Ich mach jetzt hier... Die ganze Klasse... Vielleicht hast du ja als nächstes genug googelt. Ich nehme mir jetzt einfach die klassischste Karte, die man haben kann. Genau. Angi! Du musst... Ja! Junge! Kann man so viel Glück haben! Kann man so viel Glück haben! Kurensohn3, du entscheidest jetzt! Wir haben... Wir gewinnen beide mit dem nächsten Punkt! Ist so scheißegal, ob ich gewinne. Diese Runde... Diese Runden... Ich will auch mit einem Punkt gewinnen! Junge! Wenn ich der Präsident der USA wäre, würde ich ein Ministerium für euch schaffen! Oh Bruder, ich mach mir wieder Musikern, weil ich Ehre haben! Aha! Also ich hab... Ich hab meine Karte... Ist toll! So! Ja! Ja! Easy! Landwien! Dazu musst du nicht mehr sagen, oder? Ja! Aber Ministerium für Landwien... Wien, Alter! Ich kann kein Deutsch! Schon geile Sache! Diese Runde war einfach nur so scheiße! Irgendwie halt schon! Und ich freu mich schon aufs Schneiden vom Video! Danke dafür! Gern geschehen! Ich hasse euch beide! So! Danke, Merkel! Thanks, Obama! Danke dafür, Herr Blani! Gut! Tschüss! Danke!